Wir alle entscheiden selber, was wir uns beim Bäcker bestellen. Manche gehen hin und bestellen sich einen Muffin, manche nehmen einen Schokokuchen und andere wiederum bestellen einen Donut und konzentrieren sich nur auf das Loch in der Mitte, auf das, was fehlt. Du entscheidest, was du vom Leben verlangst, was du vom Leben haben möchtest und was du bereit bist, dafür zu tun. Und das ist, denke ich, ganz, ganz entscheidend. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Aber trotzdem ist es wichtig, den Weg zu genießen. Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's. Es ist Mittwoch, also wieder Zeit für eine neue Folge. Herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hast du dir die Folge von der letzten Woche mit der Bahá angehört? Und falls ja, warst du auch so begeistert wie ich? An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle, die den Podcast geteilt haben, bewertet haben für das Reposten auf Social Media. Diese Folge ist ja richtig gut angekommen. Und ich freue mich auch zukünftig, spannende Gäste in den Podcast einzuladen. Also vielen Dank für deine Unterstützung dafür. Eine Sache hat die Bahá im Interview gesagt, die viele von euch und auch mich persönlich getriggert hat. Und zwar die Aussage, ich bin nie zufrieden. Und ich weiß das, dass das viele von euch verwirrt hat, weil ich letztes Wochenende auf einem Yoga-Retreat war in Mittersil in Salzburg und bin mit der Yoga-Gruppe zum Abendessen zusammengesessen. Und viele von den Teilnehmern hören den Podcast regelmäßig. Und wir haben eben über diese Folge gesprochen. Und dann haben mehrere gesagt, hey Marcel, wie ist denn das jetzt mit der Zufriedenheit? Was sagst denn du dazu? Und ein Teilnehmer, der Roberto, ganz liebe Grüße an dich, hat zu mir gesagt, Mama Sally, ich war auf so einem guten Weg. Ich habe das alles, was du gesagt hast in den letzten Folgen, in den letzten Monaten versucht umzusetzen. Aber jetzt kommt mir vor, als würde ich alles falsch machen. Und falls es dir auch so ähnlich gegangen ist, dann würde ich heute gerne über Zufriedenheit sprechen und wie ich persönlich das sehe. Ganz kurz für alle, die davon träumen, Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin zu werden oder mehr über Yoga-Achtsamkeit und das richtige Mindset lernen wollen, dann habe ich jetzt gute Neuigkeiten. Mein erster Termin für die 200 Stunden Yoga-Lehrer-Ausbildung nächstes Jahr ist bereits ausverkauft. Aber es gibt einen zweiten Termin im Herbst. Also im Herbst 2024 ein weiterer Termin für das Multistyle-Yoga-Training Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga mit mir in Linz und auch in Tirol. Alle Infos dazu auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Im Moment gibt es dafür sogar noch ein Angebot. Du kriegst mein erstes Buch und eine kostenlose Yogamatte mit dazu. Es sind begrenzte Plätze. Also lieber ganz schnell anschauen, falls es dich interessiert. Man muss sich Aussagen von Menschen natürlich immer in der Situation anschauen beziehungsweise anhören, worüber haben wir gesprochen und was war so der Zusammenhang, was war die Message dahinter. Und ich glaube, ich kann natürlich nie in eine andere Person hineinschauen und ich teile ja immer nur meine persönlichen Gedanken hier im Podcast. Aber ich glaube, die Baha hat das so gemeint, dass wenn du jemanden fragst, hey, wie geht's? Und jemand sagt, ja, ich bin zufrieden. Das hört man immer oft. Ja, zufrieden. Dann ist es weder gut noch schlecht. Das ist wie in der Schule bei uns in Österreich zumindest. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in Deutschland ist. Wahrscheinlich ganz ähnlich. Note 1 ist sehr gut. Note 5 ist nicht genügend. Und die 3 ist befriedigend. Die 3 ist weder Fisch noch Fleisch. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist halt einfach, ja, okay. Und wenn du jetzt jemanden fragst, hey, wie geht's? Und er sagt, ja, zufrieden. Dann ist das die Note 3. Das ist weder sehr gut noch nicht genügend. Das ist weder volle Gut und wow. Und wie sie gesagt hat, sie will das Leben spüren und sie will, dass sie das Leben mitreißt. Noch ist das, oh mein Gott, mir ist alles zu viel. Ich muss was ändern. Und deshalb ist diese Zufriedenheit, dieses Streben nach weder sehr gut noch sehr schlecht, vielleicht nicht das Richtige für jeden. Trotzdem sollte man natürlich dankbar sein. Dankbar für das, was man bereits alles erreicht hat. Dankbar für das, was du bereits alles in deinem Leben hast. Wir wollen uns ja nicht auf das konzentrieren, was uns alles fehlt und immer auf dieses Loch konzentrieren, sondern auf die Fülle, die bereits in unserem Leben existiert. Diese Good Vibes, diese positive Energie erzeugen, um dann noch mehr gute Energie anzuziehen und noch mehr positive Menschen, noch mehr positive Ereignisse. Wir alle entscheiden selber, was wir uns beim Bäcker bestellen. Manche gehen hin und bestellen sich ein Muffin, manche nehmen einen Schokokuchen und andere wiederum bestellen einen Donut und konzentrieren sich nur auf das Loch in der Mitte, auf das, was fehlt. Du entscheidest, was du vom Leben verlangst, was du vom Leben haben möchtest und was du bereit bist, dafür zu tun. Und das ist, denke ich, ganz, ganz entscheidend. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Aber trotzdem ist es wichtig, den Weg zu genießen. Wenn wir immer nur Zielen hinterherjagen in der Zukunft, dann kommen wir nie im Moment an und dadurch erzeugen wir Stress. Ich habe das schon öfter erwähnt und finde es eine schöne Beschreibung für Stress. Stress entsteht dann, wenn dein Körper und dein Geist nicht an derselben Stelle sind. Wenn du jetzt körperlich zwar bei mir im Podcaststudio sitzt mit den Gedanken, aber in der Zukunft, dann wird dir nichts Scheiß dabei auserkennen. Wenn du dich gerade erst selbstständig gemacht hast, aber mit den Gedanken schon in der Zukunft bist, was du alles noch erreichen musst und möchtest und welche Träume du hast und immer nur an die Zukunft denkst, dann bist du mit der jetzigen Situation unzufrieden. Der Vorteil daran ist natürlich, dass du dieses Feuer erzeugst, diesen Biss, dieses Hey, ich muss was tun, damit ich diese Ziele erreiche. Aber gleichzeitig kann dich dieser Druck auch stoppen, der kann dich überfordern und dann kann es passieren, dass du ausbrennst. Man spricht auch in Ayurveda von Agni, von dem Feuer auf Sanskrit und zu viel Agni, zu viel Feuer führt dann zum Burnout, zum Verbrennen. Daher ist es so wichtig, dich selber kennenzulernen und auch vielleicht mal im Bereich Ayurveda sich dein Doscha genauer anzuschauen. Als Teil meiner zweiten Yoga-Lehrer-Ausbildung, die 300-Stunden-Ausbildung in Indien, in Goa, war bei mir Ayurveda und TCM, also die traditionelle chinesische Medizin, mit dabei und ich bin sicherlich kein Experte, was jetzt Ayurveda angeht. Es war eben Teil der Ausbildung und ich habe ein paar Bücher darüber gelesen und mich immer wieder mit dem Thema befasst. Es gibt da sicherlich viel, viel bessere Experten, aber trotzdem möchte ich dir da meine Ansicht in dieser Folge kurz teilen. Und zwar gibt es ja diese drei Doschas. Einmal spricht man von Pitta, das ist der sehr feurige Typ, der ist voller Energie, das ist der Manager, der Macher, der will was umsetzen und der ist am erfülltesten, wenn er Vollgas gibt. Dann gibt es Vata, Vata, die Luft, das ist der Künstler, der Kreative, der vielleicht einmal ein bisschen chaotisch sein kann und mal Dinge verwechselt, vergisst, verlegt. Und dann gibt es noch Kapha, der erdige Typ, der oder diejenige, der sich gerne um andere kümmert, der sagt, so wie es ist, ist alles richtig, es ist gerade gemütlich, es ist angenehm so und warum soll ich was ändern? Und das Spannende daran ist, wir haben alle, jedes Doscha in uns, also Pitta, Vata und Kapha. Niemand ist 100% von einer Sache und 0% von den anderen. Und das Wichtige daran ist, dein Doscha für dich herauszufiltern und dementsprechend dann dein Leben anzupassen. Ich möchte überhaupt nicht andere Menschen analysieren, weil das steht mir nicht so und so gut kenne ich die Baha jetzt beispielsweise nicht, aber wenn ich mir ihre Sachen auf Instagram anschaue, dann ist das eine sehr feurige Frau, die hat viel Pitta, viel Power, die will was machen, die will was umsetzen. Und daher verstehe ich auch die Aussage, wenn sie sagt, ich bin nicht zufrieden und Baha habe ich überhaupt nicht losgelegt, hat sie gesagt. Weil sie das antreibt und weil sie Erfüllung findet in dieser Weiterentwicklung, in diesem Prozess. Ich persönlich habe diesen Doscha-Test gemacht, ich war beim ayurvedischen Doktor und ich habe alle drei Doshas sehr ausbalanciert. Das ist jetzt weder gut noch schlecht, das kann manchmal auch ein bisschen, ja, gar nicht so einfach sein, weil alle drei bei mir so um die 30% herumschwirren und ich kann an einem Tag sehr ehrgeizig sein, sehr motiviert, voll on fire, wie zum Beispiel bei meinem Training. Ich habe glaube ich im letzten Jahr kein einziges Fitnesstraining ausgelassen. Wenn ich mir das vorgenommen habe, habe ich es durchgezogen. Ich bin sehr diszipliniert mit dem Podcast, jeden Mittwoch, jeden Sonntag ein neues YouTube-Video. Also da ist voll das Pitta bei mir, der Manager, das Vollgas geben. Aber ich kann auch total chaotisch sein, ich kann total durch den Wind sein, ich habe viele Ideen, ich will viel umsetzen und ein bisschen da und ein bisschen dort und gleichzeitig gibt es Tage, da bin ich so faul und ich glaube, ich habe das noch nie geteilt im Podcast, aber es gibt Tage, da komme ich fast nicht aus dem Bett und das liegt nicht daran, dass ich mein Leben nicht lebe oder dass ich meine Arbeit nicht lebe. Im Gegenteil, ich freue mich jedes Mal, ich hoffe, das merkt man, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich freue mich, ja, meine Yoga-Retreats zu machen, die Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen. Und ich freue mich da drauf. Aber doch mag ich es auch gern gemütlich. Ich schlafe gern ein bisschen länger, ich mache gern einen Mittagsschlaf, ich mag gern am Abend einmal, ja, es mich gemütlich machen, einen Film schauen. Auch das gehört zu meinem Leben dazu. Und wenn du dir dessen bewusst wärst, was für Charaktereigenschaften du hast und vor allem wie dein ideales Leben ausschauen soll, was für dich persönlich Balance bedeutet, dann kannst du dementsprechend dein Leben gestalten. Die Sache ist, dass wir ganz oft die Meinungen anderer annehmen. Und deswegen muss man so aufpassen, mit wem man seine Zeit verbringt und über welche Dinge man sich unterhaltet. Weil wenn du ein sehr feuriger Typ bist und um dich herum aber alle gemütlich seien, dann könnte es sein, dass dich diese Gemütlichkeit von den anderen aufhaltet. Andererseits kann es auch sehr gut sein für deine Balance. Und du sagst mal, wenn ich allein bin, bin ich mega ehrgeizig, aber ich treffe mich gern mit Menschen, die mich gern ruhiger und gemütlicher. Und so halte ich meine Balance. Ich habe mich selber nach dem Interview gefragt, bin ich faul geworden? Habe ich mich schleifen lassen? Habe ich mich gehen lassen? Sollte ich wieder mehr Vollgas geben? Und habe dann für kurze Zeit versucht, wieder jeden Tag auf Instagram zu posten, wieder Vollgas in alle Richtungen, bis meine Freundin gesagt hat, was ist denn mit dir passiert? Du wirkst so gestresst. Und dann habe ich für mich wieder entschieden, ich mag gerne das Gemütliche. Es gibt meine Routinen, die ich umsetze. Da bin ich sehr diszipliniert. Und das muss so sein, um meine langfristigen Ziele zu erreichen. Weil ich weiß, wo ich hinmöchte. Ich weiß, was ich noch alles erreichen will. Ich habe ein Ziel, ich habe eine Richtung. Aber gleichzeitig nehme ich mir auch genug Pausen raus, weil ich persönlich das einfach brauche. Diese Ruhe, diese Entspannung. Und bin nach wie vor begeistert von Slow Living, von Minimalismus, von dem Druck rausnehmen. Aber auch das ist einzig und allein meine persönliche Meinung über mein Leben. Das soll dir zum Nachdenken anregen, das soll dir helfen, das soll dir inspirieren, sowie auch die anderen Dinge, die du dir anhörst und anschaust. Aber wichtig ist, dass du das immer für dich selber hinterfragst. Wie kann ich das, was ich mir gerade angehocht habe, in mein Leben einbauen? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich wirklich umsetzen? Für manche liegt die Erfüllung im Machen, im Tun, von Montag bis Sonntag Vollgas zu geben, an ihren Träumen zu arbeiten, an ihrer Selbstständigkeit. Mir ist es in den ersten fünf Jahren genau gleich gegangen. Ich habe keine Pause gemacht, ich habe mich so sehr auf die Arbeit fokussiert, bis zu einem Punkt der Zufriedenheit. Und das, was ich mir jetzt aufgebaut habe, für das bin ich mega dankbar. Und ich bin zufrieden in dem Wissen, dass ich mehr möchte. Ich strebe trotzdem immer noch mehr an, bin aber zufrieden und dankbar für alles, was ich habe. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Glück, um im Moment glücklich zu sein und nicht erst in der Zukunft, wenn du schon hart arbeitest, aber auch realisierst, was du alles leistest und dir immer wieder mal eine Pause gönnst. Drei Dinge, die du machen kannst, um glücklicher und zufriedener zu sein. Erstens mal dir zu überlegen, wie schaut denn mein ideales Leben aus? Was sind deine Ziele, was sind deine Wünsche, deine Träume, in welche Richtung soll es hingehen? Und wenn du große Träume hast, dann musst du natürlich auch dafür arbeiten. Nur daheim sitzen, die Dinge aufzuschreiben und zu warten, dass es beim Fenster einer schneit, das wird nicht passieren. Wie verbringst du deine Zeit? Wenn eine ideale Woche hättest, welche Arbeit würdest du machen? Mit wem? Wo? Mit wem würdest du deine Zeit verbringen? Deine Freizeit? Wie würde die ausschauen? Welche Hobbys würdest du machen? Nimm dir da wirklich mal die Zeit, mach einen Spaziergang oder schnapp dir dein Journal und mach dir Gedanken. Wie schaut mein ideales Leben aus? Für manche ist es ein kleines Haus, irgendwo am Land, mit selber angebauten Tomaten und Kräutern und Zeit zum Kochen und mit Kindern, die dann da spielen und du kümmerst dich um deine Kinder und lebst ein einfaches, aber glückliches Leben, so wie auch in der Geschichte des Fischers, die ich schon mal im Podcast und eben auch auf YouTube geteilt habe. und für andere sind es große Bühnen und große Projekte umzusetzen, Unternehmen aufzubauen, die Welt zu bereisen, das muss jeder für sich selber bestimmen. Deswegen, wenn dich so eine Aussage von jemandem triggert und du denkst, okay, mache alles falsch, dann versuch dich wieder zu sammeln und zu überlegen, was ist denn für dich persönlich richtig und falsch? Der nächste Schritt, Tipp Nummer zwei, mach mal einen Dosha-Test, also einen Ayurveda-Dosha-Test. Online kannst du das machen, einfach mal googeln, da gibt es viele kostenlose Angebote. Wie genau die sind, ja, ist natürlich fraglich, wenn man da online so einen Fragebogen ausfüllt, aber schon allein durch die Fragen, die dir gestellt werden, kriegst du ein Gefühl, okay, ich bin eher der gemütliche Typ, ich mag lieber so und solche Sachen, D&D-Temperaturen, das Essen scharf oder mild, ich bin eher Morgenmensch, Abendmensch und all solche Dinge, damit du dich besser kennenlernst. Und darum geht es doch, dass man Achtsamkeit entwickelt, seine Interessen findet und so dann sein Leben frei gestalten kann, unabhängig von den Meinungen anderer. Und das Dritte, was du machen kannst, ist, diesen Podcast zu abonnieren, weil ich sicherlich noch ganz, ganz oft über diese Themen reden werde. Das Thema Balance ist etwas, was mich, ja, mein Leben lang schon beschäftigt. Wann gebe ich zu viel Gas? Wann gebe ich zu wenig Gas? Wann könnte ich mehr machen? Wie schaffe ich es, weniger zu machen und mehr zu genießen? Das ist so mein Struggle, mein persönlicher, wäre jetzt falsch ausgedrückt. meine Mission. Also es macht mir Spaß, da Dinge auszuprobieren und daher abonniere gern den Kanal, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Gerne auch auf YouTube als Videopodcast und wenn dir dieser Podcast gut tut und du aus dieser Folge etwas mitnehmen kannst, dann hilf mir doch bitte und bewerte den Podcast auf Spotify oder Apple oder teil diese Folge mit deinen Freunden. Das Jahr nähert sich dem Ende und für nächstes Jahr plane ich noch mal mehr Fokus, noch mal mehr Energie reinzustecken in die Dinge, die mir wirklich wichtig sind und meine obersten Prioritäten sind wirklich der YouTube-Kanal und der Podcast. Ich bin dabei, wirklich sehr, sehr spannende Gäste einzuladen, aber da brauche ich natürlich dementsprechend die Community dazu und deine Hilfe. Also bitte, bitte, bitte teilen, abonnieren, bewerten und ich sage vielen, vielen Dank und wünsche dir ein zufriedenes Leben, trotzdem aber mit genügend Herausforderungen, mit Wachstum, mit Weiterentwicklung, mit Höhen und wenn mal ein Tiefpunkt dabei ist, dann immer mit dem Wissen, dass der nächste Höhepunkt schon wieder auf dich wartet. Alle meine Angebote zu Yoga-Retreats und Yoga-Lehrer-Ausbildungen findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com sowie auch das monatliche Live-Yoga und falls du mich persönlich kennenlernen möchtest, hast du jeden Monat die Möglichkeit auf Patreon. Dort gibt es Rezepte, Buchtipps, Live-Yoga, Online-Workshops und auch spannende Vorträge, wo wir uns über genau solche Dinge unterhalten, diskutieren und uns gegenseitig inspirieren können. Mit deiner Mitgliedschaft unterstützt du den Podcast und den kostenlosen YouTube-Kanal. Ich sage vielen Dank und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir ein ganzer feines Tagle. Pass auf dir auf. Alles Liebe und ciao, ciao. Vielen Dank.